UNTERTITELUNG Schüsse Kinder, die auf dem Rücken vor dir stehen O Mama, keine Dinge sie gebraucht haben Wo sind wir gäng, sag amal Wo sind wir gäng, wie wir uns gebraucht haben Unsere Kinder, sag amal Und da hab ich's gesehen, wie es drinnen wieder reinauft auf der Ranse, weißt schon, weil Schüler haben sich das gebaut Hältst du dich einen ausphalten Ja, finde ich auch endlich eine Arbeit Du stehst an in einem einen Kellerhausgeschäft Auffang ich trage runter, 400 Minuten in zwei Stunden Schnauer wie die Tauchbuben, die 1200 Euro kostet beim Hagebaum, und billiger, bestellst du? 15 Euro das Gramm, keine Brotzeit dazwischen, du vergisst den Hunger, du vergisst alles, das Wasser, das muss raus, mehr da siehst du nicht, du denkst nicht an Corona, sitzt keine Maske auf, barfuß, weißt nicht ob das alles unter Strom steht, steigst einfach rein, dann sagst du, mit Corona gestorben. Dankeschön für euren Mut. Mein Vater, und auch meine Oma Mama, die raufweite Sieg, bis Vater Arbert, bis wir die Zweite gehabt haben, aber ganz zum Schluss, was ist dann doch noch kein Bier, zum Wachsen jetzt in unserem Rasen, wo der Vater halber liegt.